Musik Hallo und herzlich willkommen! Ja, jeder kann sprechen. Und zwar fast jede Sprache. Wir werden unser Bestes tun, damit das für Sie so leicht wie möglich wird und dazu noch unterhaltsam. Unser Ziel ist bescheiden. Wir wollen Ihnen ermöglichen, die wichtigsten Wörter und häufigsten Sätze kennenzulernen. Und hopp! Schon werden Sie hier und da verstehen, was man von Ihnen will und vielleicht sogar selbst ein Wörtchen beisteuern können. Oder sogar den richtigen Satz sagen im richtigen Moment. Und das ist eine ganze Menge. Meine Aufgabe ist es, Sie durch diesen Lernprozess zu begleiten. Der Großteil davon stützt sich auf das Hören der Sprache und das Lesen der Untertitel. Und es wäre natürlich gut, wenn Sie das Gehörte laut wiederholen. Daher werden wir jedes Wort oder jeden Satz zweimal vorlesen. So haben Sie die Gelegenheit zu hören, zu erfassen und nachzusprechen. Übrigens, wenn Ihnen das beim ersten Mal nicht gleich gelingt, dann klappt es sicher beim zweiten oder dritten Mal. Üben Sie, so oft Sie wollen. Und das Allerwichtigste, haben Sie keine Hemmungen zu sprechen. Natürlich werden Ihre Gesprächspartner merken, dass dies nicht Ihre Muttersprache ist. Na und? Sprache nähert die Herzen an und die Menschen werden es immer zu schätzen wissen, dass Sie versuchen, sich mit Ihnen in Ihrer Landessprache zu unterhalten. Selbst wenn Sie dabei Fehler machen. Meist erwartet man von Ihnen ja gar nicht mehr als eine höfliche Antwort wie Danke, gut. Damit werden Sie mit Sicherheit immer freundliche und verständnisvolle Reaktionen ernten. Wir lernen zu sprechen und uns richtig auszudrücken, weil es uns wichtig ist, unseren Gegenüber, unsere Absichten und Wünsche mitzuteilen. Die Übersetzung der deutschen Sätze, die ich Ihnen vorlesen werde, ist meist wörtlich. Gleichzeitig sind diese Sätze jedoch so aufgebaut, dass sie unsere Botschaften auch in spezifischen Zusammenhängen klar übermitteln. Wir haben uns dabei bemüht, mit sprachlichen Besonderheiten maßvoll umzugehen. Nicht immer sollte der Lernende gleich mit allen grammatischen Zwängen belastet werden. Die Inhalte unseres Lehrgangs sind jedoch für sämtliche Gesprächspartner geeignet. Wenn wir hier und da nur eine von mehreren möglichen Formen anwenden, so geschieht das, um Ihnen die Sache zu erleichtern. Ja, und das wär's auch schon. Auf zu unserer gemeinsamen Expedition. Und was eignet sich dazu besser als das Wörtchen Ja?